Liebe Sturmfans, wir sitzen da jetzt in der Kurm und um diese Tribüne geht es da jetzt eigentlich. Ich kann mich erinnern, als kleiner Bub bin ich immer mit der Schule hergefahren, es waren gezählte dreimal. Es war für uns Steirer Kinder immer ein irrsinniges Erlebnis, in einer vollen Kurm die Sturmmannschaft zu sehen. Und es wäre wirklich traurig, wenn so ein Stück Sturmgeschichte einfach ausgelöscht werden würde. Die Karten werden vermittelt in den Sturmshops für den 1. Mai, das ist ein Legendenspiel von Sturm. Es wäre super, wenn es zahlreich erscheinen würde, aber das Wichtigste ist, unterstützt diese Initiative, weil die ist wirklich super.